Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Wir sind hier auf dem Mont Vuilly, einem Hügel im Schweizer Seeland. Im Norden der Jura, noch leicht Schnee bedeckt. Im Süden die Alpen, etwa der Aletschgletscher, das grösste natürliche Wasserreservoir in Europa. Um uns herum drei Seen, Neuenburger, Bieler, Murtersee, ein Wasserparadies. Könnte man meinen, aber der Eindruck täuscht. Die letzten Trochensommer haben uns gezeigt, dass Wasserknappheit auch in Europa und sogar im Wasserschloss Schweiz ein Thema wird. Anderen Orten auf dieser Welt ist Wasserknappheit die Ursache von Konflikten und Kriegen. Der Nahen Osten, der Himalaya als zwei Beispiele. Wieso das so ist, verstehen wir besser, wenn wir uns vergegenwärtigen, zu was Wasserknappheit führt. Nämlich zu Armut, zu Not, zu Flucht, Migration. Wassermangel hat verschiedene Ursachen. Die Wesentlichen sind sicher eine schlechte Planung. Mangelnde Voraussicht. Aber auch alte Netzwerke mit Lecks. Wasserdiebstahl, der typischerweise dort, wo es sowieso schon knapp ist. Qualitätsprobleme zunehmend wegen Überdüngung, Pestiziden, Abwasser. Und ganz entscheidend ist aber sicher das Bevölkerungswachstum. In den letzten 150 Jahren hat sich die Weltbevölkerung vervierfacht. Das bei steigenden Lebensstandartansprüchen. Und bei etwa gleichbleibendem Hang zur Verschwendung. Angefangen dabei, dass wir am Morgen zu gern, zu lange, zu warm duschen. Bei FONROL Hydro beschäftigen wir uns seit 200 Jahren mit Wasser. Zuerst als Produzent von Hardwarekomponenten. Rohr, Schieber, Hydranten, Senklochtechle. Oft kopiert, nie erreicht. Ganz wichtig. Und in den letzten Jahren zunehmend auch als Dienstleister. Stichworte in diesem Zusammenhang sind Leckortung, Netzüberwachung, Qualitätssicherung, Sensorik, Unterhaltsdienstleistungen und die Integration von all diesen Daten ins Internet. Aus diesem Zusammenspiel zwischen Dienstleistungen und Hardware hat sich unser Mission Statement entwickelt. Zero Water Loss, Null Wasserverlust. Das Mission Statement beruht auf vier Grundlagen. Erstens, der diskriminierungsfreie Zugang zu Trinkwasser, zu genügend Trinkwasser ist das Menschenrecht. Zweitens, wir brauchen nicht mehr Wasser, als das wieder zufliess. Zweitens, wir bauen unsere Infrastrukturen aus rezyklierten und rezyklierbaren Materialien möglichst ohne Degradierung. Und so, dass sie eine CO2-minimierte Produktion haben. Und viertens ist Zero Water Loss ein Generationenprojekt. Wir bauen heute die Infrastrukturen für unsere Kinder und Enkel. Es lohnt sich, dass wir diese richtig dimensionieren und in guter Qualität herstellen. Damit arbeiten wir nicht nur Arbeitsplätze, sondern wir halten auch wichtiges Wasser-Know-how für die Zukunft. La Vita e Bella. Für das das auch unsere Kinder und Enkel noch sagen können, dafür setzen wir uns ein bei FONROL Hydro und bei der Stiftung Zero Water Loss. In der Schweiz, in Europa und überall auf dem wunderbaren blauen Planet, wo wir tätig sind. Wenn das einventionswerkstatt ist, ist, dass es die Bedeutung im In der Schweiz, in Europa und die Welt. Das ist die Bedeutung im Auftrag von Nikola. In der Schweiz, in Europa und bei der Schweiz. Vielen Dank.